Eigentlich bin ich ja auf der Suche nach Spuren, dass das hier mal eine Sternenfestung war. Und gut, das hier könnte natürlich auch einfach eine Art Fundamentausweitung sein, aber da unten, dieses Aussichtseck, sieht doch sehr danach aus. Ja, und dann müsste man halt mal weiter gucken. Definitiv sehr, sehr schade, egal wo und wie. Ich kann kaum irgendwie filmen, ohne dass man diese ganze Kabellage hier sieht. Echt, es ist quasi der Gesamteindruck einfach von der Elektrik, die Kabel und die ganzen Schweinwerfer total hässlich. Also nur weil hier ab und zu mal Festivals abgehen, der Eindruck hat sich halt verpisst sozusagen. Überall Baugitter und, ja, das ist es halt. Hauptsache ein Festivalgelände draus gemacht und gastronomisch genutzt. Und irgendwie die Wirkung, die Wirkung dieser alten Städte geht dadurch verloren, tatsächlich. Das ist alles gut. Aber geht auch. relied